Hallo, hier ist der Martin von Meine Mankees, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 26.10.2020 und unser DAX hat zum Donnerstag ja so eine grüne Überraschungskerze hingestellt, da sind ganz viele Short angesprungen, sind negativ eingestellt gewesen, auch durch Corona und weitere Lockdown-Maßnahmen und ja, der DAX hat so eine Konterkerze hingestellt, weswegen wir gesagt haben, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, das gibt schon eher mehr Chancen nach oben raus und gucken sie sich das Gesicht an, da hat er Spaß dran gehabt, die Leute ein bisschen vorzuführen, das ist wieder typisch, eigentlich typisch Börse, das ist ein Bild, was ich, wie lange mache ich das jetzt schon, eigentlich von Anfang an immer wieder sehe, dass die Leute da sind, Mensch, warum macht der DAX denn das, die Nachrichten sind doch so eindeutig, Mensch, warum ist denn das, warum steigt er denn, er muss doch fallen, er muss doch fallen und immer wieder sitzen sie so da, ja, Freunde, ich kann es nicht erklären, doch, ich kann es eigentlich schon erklären, der Markt sucht sich das Geld halt, an der Börse geht es nicht darum, was wir wollen, was wir denken, was wir glauben, wohin es geht, es geht darum, dass große Jungs Geld verdienen und das Geld, das holen die sich gerne von den Kleinen und ja, so funktioniert die Börse, es ist ein riesiger Umschicht Platz von viel Kleinvieh auf wenige große halt, damit die Reichen, sag ich mal, reicher werden und die armen kleinen Arbeiter, das, was sie vom Gehalt nach über haben, letztendlich auch bloß wieder zurückführen an diejenigen, von denen sie den Gehalt haben, beziehungsweise an die Reichen, na, also, das so ein bisschen, der Grundgedanke und als Inspiration einfach nochmal nach dahinter, weil ich merke, dass da viele immer wieder mit dem Kopf einfach gegen die Wand wollen und meinen, sie sind schlauer als der Markt und wissen ganz genau, wie der Markt denn eine bestimmte Situation interpretieren muss, vergessen dabei aber nach wie vor immer wieder, dass es dem Markt gar nicht darum geht, zwangsweise die Handgedanken aufzugreifen, die man selber hat, dem geht es darum, dass er mehr Geld transportiert von A nach B und dazu kann er fallen, dazu kann er steigen, er hat die Mittel jeder Wahl, hoch wie runter, er kann sich frei bedienen, er kann auch seitwärts einfach runter, wenn die Leute Ausbrüche traden, das heißt, es hilft uns nicht so ranzugehen, es hilft uns eher zu sagen, okay, was macht er denn üblich, wie sind typische Muster, deswegen machen wir jeden Tag diese Chartanalyse, um für den Tag etwas festzulegen, das bezieht sich natürlich auch nur auf den Tag dann immer, das heißt, was wir gestern erzählt haben, müssen wir dann heute auch wieder überprüfen, müssen hinterfragen, was haben wir hier gesehen, was haben wir erwartet, wie hat sich der Markt geschlagen, was hat er uns gezeigt, wie gehen wir jetzt vom nächsten Tag aus und dann denken wir Tag für Tag, ziehen hier unsere Punkte raus, verdienen damit unser Geld und erfreuen uns daran, dass andere Leute nicht verstehen, warum sie denn da Geld verlieren, während wir uns das Geld letztendlich dann einfach holen können. Wenn wir mal zurückblicken auf den Freitag, was haben wir gesagt, wir haben eine starke Umkehrkerze da drin, wir haben gesagt, es hätte eigentlich für den DAX jetzt schon Scham, nach oben zurückzulaufen, er soll nicht mehr unter die 500 zurück, ein kleiner, tieferer Start zwischen 550, 500, das wäre üblich gewesen zum Freitag von dort, können wir sich dann hochschieben, wenn er über die 600 drüber geht, soll er dann die 12700 bis 13700 erreichen, ich hatte gesagt, das ist ein sehr, sehr schöner Bereich hier, aus dem der Markt dann wieder nach unten abdrehen kann, vielleicht auch nochmal auf die 600 drauf, auf die 640 drauf und dann müssen wir schon gucken, das wäre so ein bisschen das Programm gewesen, hätte er übertrieben, hätte er weiter durchgedrückt, wäre dann die obere Kanalkante hier bei 860 dran gewesen. So, und wenn wir jetzt da gucken, sind wir mit der Interpretation oder Herangehensweise auf jeden Fall zehnmal besser gelaufen, wie als hätten wir gesagt, boah, Freitag eh, weitere Lockdown, mehr Corona-Maßnahmen und so weiter, ich gehe jetzt nur noch short. Hätte man sich nicht unbedingt einen Gefallen getan, ne? Das soll jetzt nicht heißen, dass sie nicht short gehen dürfen, weil da, wenn die Nachrichten da schlecht wären und so weiter, man merkte schon eine gewisse Unruhe im Markt, aber ich bin ja ganz klar, der Meinung, also wir traden, wir traden gerne short und wir traden gerne long, aber wir nehmen die Short-Marken halt auch erst, wenn sie kommen halt, ne? Und wenn die Signale kommen und dann müssen, muss man, nicht nur sie, sondern auch ich, muss man einfach aufpassen, dass man das nicht zu sehr vermischt einfach, diese Nachrichten und alles, was man rechts und links reingetrischtet kriegt, das hilft einem doch nicht, ne? Und wenn man auch im Tageschat guckt, und das erzähle ich Woche, für Woche, für Tag und für Tag und trotzdem wird mir das immer wieder gegen den Kopf geworfen, ne? So nach dem Motto, ja Martin, meinst du, der fällt jetzt nochmal 3000 Punkte, wenn jetzt wieder Lockdown kommt? Hier ist Lockdown gekommen. Was hat der Markt daraufhin gemacht? Er ist nur gestiegen. Hier haben die meisten Leute das Geld verloren. Hier und hier. Das waren die zwei Punkte, wo alle Geld verloren haben im Trading-Umfeld. Warum? Weil sie gesagt haben, der Markt muss fallen. Hat er nicht getan? Was haben sie gemacht? Sie haben sich gegengestellt. So, und das ist Gift. Das ist gefährlich. Ne? Haben sie mal lieber ein bisschen die Wahl noch im Hinterkopf, ne? Haben sie es da ein bisschen im Hinterkopf, dass vor einer Wahl auch gerne mal angezogen wird, ne? Dass er mal gerne nochmal ein bisschen nach oben sticht vor einer US-Wahl, ne? Dass sie sich hoch reinlegt vor dem Wahlkampfwochenende, ne? Nochmal so eine Euphorie-Stimmung, versucht den Markt ein bisschen rauszunehmen, damit die Leute eben ein bisschen sehen, naja, vielleicht ist es gar nicht alles so schlimm, wie ich es wahrnehme. Vielleicht ist es ja okay, wenn der Markt jetzt hier ruhig ist und stabil ist, ne? Das ist ja, das ist einfach typisch. Also von daher, wir sind auf der Short-Seite wie jeden Tag auch bitte sensibel. Wir sind, wir schauen uns an, an welchen Punkten kann der Markt denn wegbrechen, an welchen Punkten liefert der Verkaufssignal und dort gehen wir Short. Aber auch erst, wenn der Markt diese Signale bestätigt, nicht wenn ich in den Nachrichten wieder neue Corona-Zahlen lese. Das ist wichtig. Und das ist gerade wichtiger denn je, weil ich merke, dass momentan sehr, sehr, sehr viele hier schon wieder anfangen, richtige Fehler zu machen. Ja, und das fing am Donnerstag an. Das fing am Donnerstag an, dass alle plötzlich Short wollten. Und mir geschrieben haben, ah Martin, ich habe jetzt hier Short aufgebaut. Meinst du, ist doch bloß das, ausreichend, das, ausreichend. Die haben alle hier unten aufgebaut. Ne, halt, wir gehen in zwei Stunden Chart. Alle hier unten haben sich Short drin aufgebaut. Ne, in der Kerze. In der Kerze haben ganz, ganz viele private jetzt Shorts gesucht, Absicherung für ihre Aktiendepots wegen Corona. Ja, und da sehen sie doch schon direkt, dass da was nicht passt halt. Der Markt läuft ja nach oben seitdem. Ja, also da wirklich ein bisschen, gucken sie, dass sie, wenn sie shorten wollen und wenn sie denken, die Nachrichten sind schlecht und der Markt fällt, achten sie da drauf, dass sie dann entsprechende Umkehrsignale einfach auch erst kriegen. So, warten sie mal kurz. Muss mal kurz ans Telefon, geht gleich weiter. Und da habe ich natürlich völlig den Vater verloren hier. Ist egal. Also, wo sind unsere Shortmarken? Wo sind die Bereiche, an denen es sich lohnt zu shorten? Ich würde ganz klar sagen, der Bereich unter 600 ist jetzt ein erstes Verkaufssignaltrigger. Der reicht aber erstmal nur bis an die 500 ran. Das ist eine Unterstützung, das bleibt eine Unterstützung. Ja, also das muss man leider auch ein bisschen breiter ziehen. Die 4,70 da noch mit rein, vielleicht sogar eine 4,50. Das wird schwierig, hier unten einen Stop-Sale zu kriegen. Das wird nicht gelingen. Das wird hier oben noch einfacher. Deswegen würde ich persönlich, wenn ich zum Montag sage, ich möchte an fallenden Kursen partizipieren, würde ich auf jeden Fall mir einen Short-Streaker an der, ich würde schon unterhalb von der 600 probieren, in den Short reinzukommen, damit man das hier unten dann nicht so aussetzen muss. Das würde gefummelt, das würde gezucke ohne Ende. Würde mich nicht wundern, wenn er 8 Uhr hier runterzieht, vielleicht unter der 600 dann reingeht und wir dann hier 9 Uhr schön drauf rumtreten auf der 500, auf die 4,70. Für den Fall, der Markt fällt überhaupt halt. Wenn Sie mich fragen, würde ich tatsächlich sogar eher noch davon ausgehen, dass wir Montag, Dienstag noch einen Bogen machen über 800, 900, bis die Leute sich ein bisschen wieder abgeregt haben, bis das Corona wieder ein bisschen selbstverständlicher wird, auch am Markt. Und dass er dann hinten raus nochmal flatscht. Und durchaus auch nochmal Richtung Donnerstag, Richtung Freitag nochmal an die 200-Tage-Linie vielleicht sogar ran kann. Das wäre zwar leichter, wenn er das gleich direkt probiert, aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass er oben nochmal durchsteht. Gucken Sie mal, was er letzte Woche gemacht hat, Montag halt. Da hat er auch nochmal nach oben gestochen und das war nicht wenig, das waren knapp 100 Punkte, das waren über 100 Punkte. Das war ja so eine Xetra-Kerze, die glaube ich alleine im M5 eine 100-Punkte-Kerze gemacht hat hier. Sowas in die Richtung, das würde auch hier nochmal reinpassen. Im Bereich um 12,800, 12,830 liegt jetzt hier schon der Channel, für mich bleibt die 12,860 weiter wichtig. Darüber ist für mich dann erstmal wieder ein bisschen aufwärts, kleinen Fehlausbruch sollte man hier mit einplanen, geben sie denn ein bisschen Raum, 8,70, 900, die sollte man sich noch mit angucken. Geht er über A12,900 diese Woche, sollte man damit rechnen, dass sie den Vorderwahl bis an die 13.300 ranstellen können. Das ist kein Spaß, das ist kein Quatsch. Es ist einfach so, wir haben übernächste Woche, Dienstag zum Mittwoch wird gewählt oder andersrum, Mittwoch zu Donnerstag, warten Sie, das kriegen wir raus. November genau, am 3., also in der Nacht zum 4. wird gewählt und das wäre schon nicht unüblich, wenn er am Dienstag, am Montag, am 2., am 3. November deutlich höher in den Handel geht. Das hat man immer wieder an den US-Wahl-Tagen gesehen. Was er bis dahin macht, ist jetzt noch ein bisschen offen, aber man sollte schon im Hinterkopf haben, dass er da hoch reingehen kann ins Rennen halt. Sehr typisch zum Beispiel. Also auf jeden Fall ist es typisch für eine US-Wahl, dass es den vorher hochzieht. Auch den DAX, auch wenn er nicht gewählt wird, aber den DAX trifft das trotzdem. Ansonsten, das hier oben hat ganz gut reagiert, kann er auch noch ein zweites Mal halten. Liegt einfach daran, dass wir an der Marke nicht richtig dran waren. Wir waren an der 7,20. Wichtiger ist die 7,25, also eigentlich die 7,25, die 7,30. Das ist hier der Knackpunkt an der Zone von hier. Deswegen könnt ihr da noch mal reintreten. Das wird auch noch ein zweites Mal funktionieren, deswegen lassen wir den Fall hier. Aber es hat schon mindestens schön reagiert. Es hat ja auch bis 600 runtergedrückt. Das hat schon gut gepasst. Und ja, ansonsten jetzt hier, wie gesagt, unter 600 für mich ein Short Trigger. Short Trigger an die 12,500, 12,4,70 runter. Und darunter wird es dann erst wieder richtig shortig, wo man dann auch sagen kann, ja, hier ist Eskalationsspielraum. Und den würde ich dann durchaus Richtung 3,70, Richtung 3,40 nochmal sehen. Und darunter dann natürlich tiefer Richtung 200-Tag-Linie. Bloß bedenken Sie, das ist momentan für viele zu selbstverständlich, dass der Markt jetzt fallen muss. Mit Corona funktioniert halt so nicht. Das letzte Mal, als das so selbstverständlich war, das war am Tagesschart hier unten gewesen. Das war nicht die Bewegung hier. Hier war es nicht selbstverständlich, dass der Markt weiterfällt. Hier war es für alle selbstverständlich, dass der Markt weiterfällt. Hier haben alle mir jeden Tag geschrieben, dass sie Short-Positionen aufgebaut haben. Hier haben mir alle geschrieben, was sie denn für tolle Ideen haben, wie weit der Markt noch fallen kann. Hier nicht. Hier haben alle gesagt, das ist übertrieben. Das ist doch nur Schnupfen. Das muss doch gleich wieder steigen. Hier haben alle Long gegen gehauen, sind hier unten alle aus dem Long raus, sind hier Short rein und haben hier Short aufgebaut. So ist es gewesen im Privatsektor, im Gehebelten. Und das ist kontraindikativ. Deswegen hier auch kurz aufpassen. Wir haben ja auch hier gesagt, in der Stelle, ab hier ging es auch wieder los, ganz viele ihre Short-ETFs verkauft, ganz viele ihre Short-ETFs verkauft und auf Long gewechselt. Und jetzt ist hier so ein Punkt, wo ganz viele schon wieder anfangen, sich drehen zu wollen. Also bin ich sehr gespannt, wie sich das zeigt. Kommen wir lang rote Kerzen, gehen wir mit. Natürlich ohne Frage, kicken wir die 600 nach unten raus, können wir auch Shorten, gehen wir unter 500 auch. Aber wenn er weiter grüne Kerzen nach oben zeigt, geben sie ihm Raum, dass er sich bis 13, 200, 13, 300 nochmal entfalten kann. Gucken Sie im Taktisch. Das ist eine Umkehr. Die Storastik drückt von unten hoch. Das heißt, wenn der Markt Ihnen einen Mittelfinger ins Gesicht zeigt und sagt, mich interessiert das halt nicht, was das für Zahlen bei Corona sind, dann denken Sie nicht, dass Sie schlauer sind und meinen, dass der Markt das fehlinterpretiert. Das wird so nicht funktionieren. Dann macht Sie nackig. Dann macht Sie kaputt. Also lieber hinstellen und sagen, gut, okay, ein bisschen Neutralität im Kopf schaffen, sich öffnen, auf Long und auf Short-Seite, ganz egal, wie die Nachrichten sind, einfach neutral rangehen, Tag für Tag, immer wieder versuchen, das Gleiche zu machen, ganz egal, wie die Nachrichten sind. Der Markt wird die Nachrichten beachten, wenn sie ihm wichtig sind und wenn nicht oder wenn er Sieger positiv aufnimmt, was Sie negativ interpretieren, dann läuft er weiter hoch. Ja, das heißt, in dem Sinne, wenn der DAX weiter oben drückt und er drückt sich weiter hoch, dann geht er weiter hoch und dann muss man da halt auch einfach noch ein paar Punkte versuchen, Long mit rauszunehmen. Das nützt einfach nichts. Sie gewinnen keinen Blumentopf, wenn Sie sich gegen den Markt stellen. Ja, so. Dann haben wir das. Unten, oben, wir haben über die 12.730, wir haben über die 12.700 gesprochen. Das ist nochmal wichtig. Wir haben über die einzelnen Etappen gesprochen. Ich mache hier sogar mal einen anderen Pfeil dran. Ich mache hier sogar mal so einen dran. Das ist, ich kann mir das gut vorstellen, dass er da unten rumfuchtelt und hochdrückt und erst mal antäuscht und dann wieder wegzieht. Das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass der hier rumblödelt. Vielleicht auch, wenn er 9 Uhr da unten reinkommt. Und ansonsten, wenn Schwäche kommt, nutzen Sie die, gehen Sie gerne mit, auch wenn Sie für Corona denken, dass er weiterfällt. Aber wenn er sie weiter nach oben auslutscht, ja, vorsichtig, vorsichtig. Ja, also hier oben, jeder über die 27.730 wäre der nächste Anlaufpunkt 800. Ja, ganz genau, die 800 wäre der nächste Anlaufpunkt. Und das ist zum Montag erreichbar. So, wie der sich auch gedreht hat, auch erreichbar. Wenn jetzt kein gravierendes Abwärtsgibb reinkommt, wenn er nicht unter 6.10, unter 6.100 in den Handel rein startet. Und ich weiß, die Wochenendindikation steht da gerade, aber die steht auch schnell wieder anders. Wenn er auf dem Niveau reinkommt, 6.60, 6.70, könnte ich eigentlich schon fast relativ sicher sein, dass wir in A, erstmal die 37 nochmal sehen und im Tagesverlauf zum Montag vielleicht dann sogar 800 bis 8.60. Warum nicht? Ist drin. Corona hin oder her, wichtig ist, wie der Markt damit umgeht. Und er muss fallen, er muss unter die 600 und er muss unter die 500 auch noch. Dann kann er sich wieder Platz schaffen und durchtreten und wenn lange rote Kerzen kommen, shorten wir den gerne, aber hüten sich davor, in die langen grünen Kerzen drin herumzuschorten. Also da wirklich aufpassen. Das ist ungesund. Das ist gegen den Trend gehandelt. Und da nützt es auch nicht, dass sie sich Gedanken machen und versuchen, Nachrichten zu interpretieren. Versuchen sie lieber, den Trend zu analysieren und zu interpretieren. Und wenn der nach oben drückt, drückt er nach oben. Okay? Ich denke, die Botschaft ist angekommen. Dann würde ich jetzt hier ein Video zumachen. Drücke Ihnen die Daumen, dass Sie was rausgezogen kriegen. Hoffe, dass ich Sie ein bisschen vielleicht neutralisiert bekommen habe. Also das ist einfach nicht gesund. Wir können jeden Tag shorten, wenn der Markt fällt, wenn der Markt Short-Signal antriggert. Dann gehen wir mit. Na klar. Aber man darf nicht jeden grünen Tag gegenfeuern. Das ist auch nicht gesund. Also wir gucken mal. Ich denke, wir sehen den, ich kann mir schon vorstellen, dass wir nochmal unten rum schnarchen. Aber mich wird es nicht wundern. So wie die meisten momentan drauf sind, wird es mich nicht wundern, wenn wir vielleicht sogar hier rum schrubben und zur Wahl hier oben stehen. Das wird mich nicht wundern. Das wird mich einfach nicht wundern, so wie die Leute momentan wieder agiert. Und das ist einfach emotional getrieben, was die meisten machen. Und das ist kontraindikativ. Punkt. Ende. Aus. Dann muss man gar nicht mehr argumentieren und das ist einfach so. Punkt. Gut. Also. Erfolgreichen Wochenstart. Gutes Gelingen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.